ich grüße euch leute und herzlich willkommen zu dem neuen roster bewertungsvideo hier mit wwe champions leute alle jahre wieder oder jeden sonntag wieder wie man es auch sagen möchte die roster bewertung steht ins haus heute ist der 21 januar und dran ist heute der liebe chosen one dann dr jackal ist dran und der gute ricky ich weiß gar nicht ob wir bei dr jackal wir werden sehen von der roster stärke her das stärkste roster bisher in der roster bewertung hier heute sehen werden weiß ich jetzt ehrlich gesagt nicht mehr ganz genau vielleicht habt ihr es noch auf dem schirm ja ricky auch ein richtig starkes roster und chosen natürlich auch leute deshalb diese drei rosa um die soll es heute gehen in der nächsten woche ist dann dran der liebe azrael käfer und claude das sind dann die nächsten drei und leute ich bin richtig gespannt was wir heute erwarten weil brecher roster in coming heute das wird denke ich mal eine ziemliche nummer so jetzt muss man natürlich bloß mal die nachrichten von den finden so die reihenfolge wie haben sie denn geschickt guck mal der chosen hat als erstes geschickt das war quasi der fleißigste da wollen wir uns doch natürlich mal auch angucken was wir hier zu sehen haben so chosen hat hier vorher noch einen kleinen text dazu geschrieben moin christian leider kein brecher roster wie du gesagt hast in der letzten roster bewertung ach so okay eher ein kleines und chaotisches viel spaß damit und ich hoffe auf gute ratschläge wahnsinn er hat mir jetzt hier leider wie ich das sehe die 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 roster stärke doch da ist er ach da habe ich ein chosen glaube ich wirklich verwechselt 2,45 millionen roster aber ihr wisst ganz genau das sind die roster die ich eigentlich liebe die schaue ich mir immer am liebsten an weil ja mit diesem kläglichen halbwissen wie ich es dann vielleicht auch habe kann man dann dort vielleicht doch den ein oder anderen tipp geben oder zumindest sagen wie ich an die sache rangehen würde also wir gucken mal was haben wir denn hier chosen erstmal vielen lieben dank fürs mitmachen wir haben eine roster stärke von 2,45 millionen typische roster stärke für jemanden der dann jetzt schon ja gutes jahr denke ich jetzt mal so schon dabei ist und ja wir gucken mal was wir hier so zu gesicht bekommen wir in gewohnter manie fangen an mit den strikern haben hier den guten drew mcintyre ja ist natürlich gut schon auf fünf sterne gold ist der wissen schon mal fertig wegen seiner flat jam trainer eigenschaft kann mir gut vorstellen dass chosen den hochgezogen hat wegen zombie event selbiges glaube ich auch mal wegen triple h hier und dann haben wir faruk hier haben schon wir haben zombie priest zombie priest also würde ich jetzt fast mal sagen wirklich von dem was ich jetzt hier so bei dir sehe wirklich mal so der main guy bei den strikern wo du vielleicht mal einen fokus drauf setzen kannst zumindest was jetzt hier die erste seite bietet den rest kennen natürlich noch nicht wir haben eric hier gut wir hier haben rock okay hier natürlich goldberg flat jam trainer wir wissen bescheid hier schlummert auch noch ein honky tonk man und ja ich habe bei den strikern das ist halt das problem ich habe bei den strikern gerade selber ein paar baustellen die ich erstmal beenden möchte unter anderem steve austin striker wegen meinem moment dass der dann endlich mal auf sechs sterne geht was jetzt aber bald soweit sein sollte und dann sollte bei mir auch mal der honky tonk man so langsam gelevelt werden weil gerade für leute free to play oder die noch ein kleineres rost haben werden ihn definitiv haben und erst verdammt gut er ist wirklich verdammt gut so wir gehen mal weiter ja haben hier kei wick okay ja wenn er jetzt sagt so chaotisch ich sage dass das klingt immer so blöd wenn man dann sagt so also was wie wie typisches anfänger roster das ist aber quatsch sage ich mal weil jemand der zwei drei jahre spielt kann auch nicht unbedingt die krassen typen haben und gucke mal hier äh neu dazugekommen der ultimate warrior denke ich mal wird er frisch gezogen haben und hat hier noch steve austin hat hier affa hat hier ses und vor allem bei affa und bei ses rollins das interessante dass er halt auch schon direkt auf fünf gold sind gerade bei so einem anfänger roster ist es uns ja durchaus bewusst dass ja gerade marken so ein kleines zünglein an der waage sein können und da muss ich jetzt mal wirklich sagen wenn ich das jetzt so sehen wir gucken mal weiter okay okay da sind wir dann hier durch ähm ultimate warrior bei mir wie gesagt auch ins roster geflattert ähm klar es ist so ein einhorn geil es ist halt der warrior ähm aber ich bin jetzt nicht so hundertprozentig von ihm überzeugt da wäre ich schon fast von ses rollins ein bisschen mehr überzeugt beim warrior ist es halt ja das gear du machst halt bei kreuzabräumer mehr oder startet halt schneller das sind halt die zwei gears aber ich muss mal wirklich sagen bei chosen ist es jetzt halt in dem sinne schon mal interessant ich finde weil umso eher man in die breite geht finde ich umso besser umso mehr kann man bei bestimmten touren mitmachen blablabla jetzt muss man natürlich überlegen ähm der januar geht vorbei hall of fame event geht zu ende übrigens wir können ich hoffe ich kriege die zeit hin dass wir mal so ein recap machen von diesem zweimonatigen event jetzt ähm wäre dann quasi nächste woche ne übernächste woche ist es dann vorbei genau so ein kleiner recap denke ich mal wäre angebracht weil ich will mich mal nicht so weit aus dem fenster lehnen aber ich für mich persönlich äh und für die ressourcen die man gekriegt hat jetzt diese zwei monate möchte wirklich mal sagen dass das glaube ich in der ganzen champions zeit wo ich jetzt am start war das geilste event war ich lehne mich mal wirklich so weit aus dem fenster es ist so viel geiles passiert wir können so jetzt ganz kurz ansprechen halt so hall of fame übelst viel marken bei rumgekommen ähm ich fand diesen showdown auch wenn er jetzt unter der woche war wo nicht so viele zeit haben ich weiß das selber ah diesen derby showdown mit den tours äh mit den touren die dann dort da waren mit dem speziellen ringpolstern die du dann gekriegt hast ich fand das geil das war eine gute idee dann gepaart noch mit hardcore matches für unter der woche übelst viel zu tun machen wir uns mal nichts vor aber sie haben es hingekriegt scopely finde ich jetzt gerade in der woche hat sie es gezeigt so einen neuen pep reinzubringen gerade in den showdown modus ähm und für mich ich bin ja auch einer derjenigen die sagen hier ähm mit den neuen perks jetzt auch für faction feud und so weiter ich feier das weil man äh sich halt mit seinem roster mehr beschäftigen muss und all das so zusammen gepaart und so weiter finde ich dass diese zwei monate total geil waren viele haben es geschafft sich den guten giovanni mitzuholen weil man hat halt zwei monate zeit für einige springt dann vielleicht ray mysterio noch mit bei rum ähm es es war einfach ein geiles event muss man sagen und warum sage ich das jetzt auch so ich finde ultimate warrior okay aber hall of fame event geht vorbei und ich glaube du wirst ihn dann erstmal nicht mehr brauchen ich glaube du tust dann vielleicht gut darin dass ich wäre ich du chosen ich glaube ich würde es so machen ich würde Seth Rollins da schon auf 5 sterne gold ist maxen ich würde den maxen weil der lohnt sich der ist gut affa finde ich auch gut aber Seth finde ich dann schon ein bisschen besser irgendwann kommen dann bei Seth vielleicht mal die gears bei rum man weiß ja nie den warrior kannst du von mir aus auch auf 5 silber kannst du den maxen und ich glaube er wird dir an der einen oder anderen stelle auch helfen und dann würde ich dann glaube ich steve austen hier ein bisschen weiter mache und ja und dann halt vielleicht immer so ein kleines bisschen den honky tonk man so nebenbei nee ist vollkommener blödsinn wir haben ja hier noch zombie priest gehabt entschuldigung entschuldigt bitte ich würde sagen Seth Rollins maxen bei den strikern und dann so lassen wie er ist und würde meine Marken in damien priest reinbuttern dass der 5 gold wird dass der irgendwann 6 sterne wird so würde ich es machen vergessen honky tonk man entschuldigung was ich gesagt habe ähm priest definitiv besser als der honky tonk man äh so würde ich rangehen so würde ich rangehen so aber trotzdem geht's set ne äh warrior nimmt man gerne mit und hier die 2 auf 5 sterne gold direkt schöne geschichte so powerhouses ich denke mal was ich sagen möchte wie es jetzt schon jeder ich würde sowas von mit rich Holland gehen du hast ihn schon auf 5 silber da hast du also schon ordentlich was gemacht ich würde wirklich meine Marken nicht weiter in walter, gunter, wie auch immer äh investieren sondern wirklich in rich Holland du wirst nicht so viele Marken haben nutze sie bitte bei ihm nutze sie wirklich bei ihm er lohnt sich er lohnt sich was haben wir hier noch gut wir haben Steve Austin okay okay Batista Batista ist immer 9000er Talent wichtig aufgrund der Trainereigenschaft mhm dann haben wir hier hier sind wirklich trotzdem noch Gute mit dabei Zika ist ziemlich gut Stevie Ray immer mal ein bisschen mit Pumpen ne äh Trainer Flat Jam Grün würde ich dann immer noch ein bisschen mit Gas geben mhm mhm hier muss man ja gucken nicht dass er dann irgendwie noch was geiles gezogen hat ne äh Vader finde ich natürlich jetzt auch durch seine Verbesserung ziemlich interessant okay wir haben jetzt Rock wir haben Big E Big E muss ich sagen Big E bin ich auch so ein kleiner Fan von geworden klar fehlt es dort schadenstechnisch ein kleines bisschen auf der Brust aber er ist gut ja der gute Butch hier ähm ja der bringt es halt leider nicht mehr so müssen wir einfach mal so sagen ne Butterfinger ist hier noch mit am Start ich würde bei den Power Houses würde ich wirklich erstmal das Bild da lassen ne ich würde mit Rich Holland gehen investiere deine Marken bitte bei Rich Holland und dann wird man sehen was in der Zeit dann noch so bei dir passieren wird Zika wie gesagt sehr gut Flat Jam Trainer ähm der gute Booker T muss dann hier was passieren hi vorher Stevie Ray gesagt keine Ahnung äh lohnt sich auf jeden Fall ja also du hast erstmal zu tun auf jeden Fall auf jeden Fall oh und hier guckt mal wir gehen mal weiter zu den Trickstern haben hier The Rock Most Electrifying Man volle 6 Sterne wahrscheinlich mal gelackt und den so gezogen saubere Nummer ja auf jeden Fall richtig ne ich finde The Rock kann man äh wenn man wirklich nichts besseres hat weil er kommt nun mal über Juwelenschaden am Ende ich ich finde es eigentlich krass dass ich weiß gar nicht haben wir The Rock in der Rosterbewertung jemals schon mal auf 6 Silber gesehen ich glaube nicht weil Trickstar bietet natürlich enorm viele Alternativen wir haben da sehr viel Gute aber ähm es würde natürlich bei The Rock wenn man die Marken übrig hat und sich so sagt hey okay kann man den meiner Meinung nach auf 6 Silber machen ich bin ganz ehrlich ich spiele nämlich mit dem Gedanken weil ich hier ja diesen 100% Gürtel hab ne 100% Juwelenschaden äh Trickstar Attitude Error den ich bei Thresher gerade hab und bei mir und Thresher ist das so ne kleine Hassliebe ich mag ihn ich find ihn cool aber äh mir fehlt so ein bisschen was irgendwas fehlt mir und da hab ich mir jetzt auch dieses Wochenende war es wieder so gewesen bei der Flash Fede The Rock ist irgendwie immer ein Contest Superstar The Rock ist irgendwie immer gefordert gefühlt im Monat sag ich jetzt ich lehne mich mal weit aus dem Fenster einmal sei es im Showdown sei es in der Fede The Rock ist irgendwie immer gefordert und dadurch dass er eh wieder in der WWE ist vielleicht jetzt sogar noch das ein oder andere Mal mehr und da hab ich mir nämlich schon überlegt alles klar dann nehm ich meinen 100% Gürtel für äh Juwelenschaden ne und pack den bei The Rock drauf und äh profitiere natürlich von dem Gürtel ne und will ihn darüber hinaus vielleicht noch auf 6 Silber machen weil ich mir halt sage ey okay dann geh ich jetzt all in mit dem The Rock weil es ist immer any The Rock hier The Rock hier The Rock da 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 hätte man dann mal ihn so meine Gedankenspiele ne aber ich sage mal und dann hat man aber eh immer wieder das Pech ich hab's auch wieder mitgekriegt bei der Fede nimmst du The Rock oder war es im Showdown ich weiß es nicht mehr doch es war Fede äh nimmst du The Rock bei dir klappt das wieder mit den Fallen nicht wenn der Gegner das macht ist das ganze Board gefühlt gelb dann ach ist alles so die Geschichten aber ich bin mit dem Thema bei mir noch nicht so ganz durch das ist halt so ein Thresher The Rock Ding bei mir ach ich weiß es auch noch nicht gut wir machen mal weiter wir haben hier Sammy Zane bis dann bin ich Fan mit der Rosé Plate dazu kann man mit Sammy Zane dann richtig was machen finde ich zumindest mhm oh okay wir haben hier natürlich noch einen Zombie Gunther von dem ich ja natürlich auch ein riesengroßer Fan bin ähm Level Level Zombie Gunther Level Entscheide dich dann wie du dich wohler fühlst ob du ihn Triple Violett spielst ob du ihn Triple Gelb spielst äh mit dieser Gesundheitsgeschichte da alles überhaupt kein Problem würde ich sogar sagen wie viele dann vielleicht so ah mach Happy Corbin und so ne du wirst nicht so viele Marken haben kümmere dich um Gunther kümmere dich um Gunther was haben wir denn hier noch so okay Mosch haben wir hier ja mir gefällt das Roster irgendwie ich weiß auch nicht ich weiß auch nicht ähm irgendwie für mich sieht das Roster wirklich so aus Ena der hier wirklich einfach so nicht ganz so Free to Play der da immer wieder mal gern was macht aber nicht übertrieben ich glaube das sieht mir eher so nach so einem Roster aus der vielleicht nicht unbedingt immer Zeit hat alles zu spielen so sieht das für mich aus weil hier sind Gute drin ah Chosen kann das ja mal so unten hinschreiben weil vielleicht beruflich oder so familiär ein bisschen eingebundene und da geht so unter der Woche oder am Wochenende nicht unbedingt immer viel so kommt mir das irgendwie ein bisschen rüber hier so okay was haben wir gut das ist jetzt so das übliche Gedöhne hier aber auch jemand der schon länger mit am Start ist wir sehen hier auch so einen Luke Gallows hier Greg wir hören mal Valentine ja das sind alles so Indikatoren der ist schon länger dabei äh dabei dabei da dabei wollte ich sagen oh der ist schon länger dabei ähm NWO Macho Man ja das ist alles so Zeichen ja und wir haben vorhin drüber geredet ne mit deinem Rich Holland wenn du den hochziehst dann geh mit John Cena selbst bei so einem Roster ich will mich nie in Klee loben wo ich mir denke immer so oh ja mittlerweile habe ich auch ein ziemlich gutes Roster ähm selbst ich nutze John Cena immer noch immer noch sei es mal im Showdown sei es mal in der Fäde hier und da John Cena ist irgendwie immer dabei der ist immer dabei es ist einfach so achso warte mal es geht weiter warte mal wir waren hier waren hier okay so Nakamura Flatjam Trainer genau das dürfen wir nicht vergessen mhm okay okay so was haben wir denn jetzt hier noch guck mal jetzt hat er hier so ein Steamboat aber wie gesagt bleib bei deinem Cena bleib bei Cena auch Montesford du kannst gerne wenn die mal in einem Event gefordert sind die maxen dort in der Sternstufe wie sie jetzt gerade sind aber ich wegen Markensparen denke ich mal wird es bei dir viel darum gehen ja okay alles klar wir sind hier schon bei den Showboards VIP ist auch aktiv überhaupt kein Problem Bradshaw hier als bester auserkoren dahinter Gottfaser ich hoffe wir finden da vielleicht was besseres also ist das ist das ja es sind vier Sterne okay ich dachte schon finden wir da was besseres finden wir was besseres für dich auf jeden Fall Hall of Fame Lawler ich denke mal du wirst ja auch schon die ein oder anderen Marken diesen Contest geholt haben deshalb geh ruhig mal mit Lawler ich hab ihn tatsächlich jetzt nämlich selber auf 6 Silber gemacht weil er ist nicht schlecht deshalb würde ich bei ihm wirklich die Prio mal ein bisschen höher legen jetzt bei dir du hast nur 5 volle Sterne sehr gut sehr sehr gut so was haben wir noch so ja okay 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 guck mal hier oh guck mal ach da das ist natürlich dann höchst interessant ne ähm du hast hier Montes Ford und bei Montes Ford ebenso ähnlich wie bei deinen Strikern das ist was dem muss man sich auch immer bewusst sein wenn man Superstars zieht sagt man jetzt mal auf 5 Sterne Silber oder wie hier sogar auf 5 Sterne Gold finde ich ist es immer gut zu sagen okay was brauche ich denn alles klar Coins und Poster haben wir alle viel zu wenig wie wir eigentlich haben wollen aber du sparst Marken und es wird immer was kommen mit Street Profits mit Montes Ford äh mit 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 Angelo Dawkins und so weiter deshalb nutz deine deine Chance die du hier hast und machen wenigstens hier voll und Montes Ford sage ich auch immer bis 5 Sterne Gold ist er genau da wo er hingehört da ist er echt gut von mir aus von mir aus auch wie gesagt auch 6 Bronze mache du hast The Mist natürlich ein geiler Coach hm ich würde im Hinblick äh jetzt vielleicht mal auf Faction Boss und so weiter da hat es sich jetzt halt auch schon mal gezeigt wenn es um Verstärkerjuwelen und sowas geht dass so ein Hall of Fame Jerry Lawler wirklich von Vorteil sein kann deshalb würde ich weil das Spiel besteht ja nicht nur aus Faction Feud und Showdown sondern auch aus dem ganzen anderen Gerassel und so ich würde ich würde trotzdem mit Lawler gehen und würde Montes Ford wenigstens auf dieser Stufe maxen klar für Lawler brauchst du Hall of Fame Marken ja das ist auch ein Argument und für Montes Ford hättest du dann vielleicht was übrig wäre so ein Gedankengang sie müssen natürlich 15.000er Talent machen für die Coach Eigenschaft und dann läuft das so wir gehen hier schon zu den Technikern rüber haben Triple H Triple H der typische ich nenne es mal wirklich Free to Play Guy ich finde Triple H den Techniker auch ziemlich gut ich habe ihn zum Beispiel auch nicht mal so hoch gelevelt wie du weil Alternativen halt da waren aber wenn die bei mir auch nicht wären würde ich mit Triple H gehen definitiv bis 6 Sterne kann man das machen so Luca wahrscheinlich mal so gezogen sauber ja hier ist natürlich dann wenn wir bei Techniker von Alternativen reden reden wir natürlich auch von Cowboy Bob Cowboy Bob typischer Superstar 6 Sterne reicht vollkommen aus meiner Meinung nach man läuft eh über den Sub Schaden oder das ist so ein Roster von jemandem der wieder angefangen hat das könnte natürlich auch sein wenn ich mir das so angucke hier Peter Mavia mal so gezogen okay könnte auch sein hier vielleicht hast du ja ein paar Marken die ja ergattern können da würde ich wirklich X-Pack ein bisschen weiter leveln spätestens wenn du irgendeinen Moment hast wo du ihn dann auf 6 Sterne brauchst oh Gesundheit wo du ihn dann brauchst ja Ludwig ist natürlich geil ähm Dominik ist geil ja aber da würde ich wahrscheinlich echt eher in deinem Fall mit Ludwig gehen jeden Monat kann sich's ändern ne wir kriegen neue Superstars und auch Empfehlungen können sich ändern dadurch geh mit Ludwig dann hoch ne oh hier schon 5 Sterne ist in Ordnung wenn es dann das Event vorbei ist brauchst du nicht mehr diese Bimmel Token sondern machst die normalen Marken da geht's doch dann mit Ludwig weiter also wirklich Triple H würde ich so lassen wie er ist ich würde Cowboy Bob auf 6 Sterne machen und dann würde ich Ludwig Kaiser leveln das wäre so meine Herangehensweise außer jetzt kommt hier wieder irgendein Brecher der so rumliegt Osse Ziri ich mag ihn zum Beispiel ich sag's immer wieder schön Doppel Sub ach auf 6 Sterne dann das läuft gut haben wir jetzt hier noch wir haben echt noch Überraschungen rumliegen ey das ist doch einfach irre ihm mangels an Ressourcen bin ich mir ganz sicher ach hier sind schon noch interessante Typen ne auf jeden Fall Zombie Edge also beim Zombie Event war er gut am Start Zombie Edge ne Coach Eigenschaft die muss man natürlich mitnehmen für schwarze Juwelen dafür muss er leider auf 5 Gold wir haben hier noch Cena wir haben hier Ken Shamwalk noch rumliegen wir haben Ezekiel noch rumliegen Ezekiel für mich so der typische Superstar 5 Sterne Gold nicht weiter ja also was ist bei Technikern bei dir zu tun auf jeden Fall ne Menge ähm wie gesagt Zombie Edge kann auf also muss 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 man wirklich so sagen äh auf 5 Gold hoch ich würde an deiner Stelle wirklich Cowboy Bob 6 Sterne ich würde bei diesem Ludwig Ding dann festhalten wenn das Event vorbei ist und ja Ken Shamwalk jeder hat nach seiner Fasson ich spiel gern mit ihm aber ich weiß dass viele andere es nicht tun ähm auch Matt Riddle ziemlich gut hier ach du hast hier natürlich sehr viel Alternativen ne also du hast hier also da wirklich vielleicht dann musst du selber wirst musst du selber wirst ich würde es ruhig so machen Cowboy Bob 6 und würde mit Ludwig Kaiser hochgehen und nebenher auf jeden Fall Zombie Edge dann noch auf 5 Sterne Gold machen so wir gehen zu den Medals was haben wir denn hier so am Start ok war wahrscheinlich wegen Event gewesen hat er jetzt hier Trish Stratus ein bisschen reingepumpt ich würde ich würde glaube ich mit Rare Ripley hier erstmal ein bisschen weitermachen weil Rare Ripley ähm nicht nur scheiße zu spielen sondern halt auch ein guter Trainer ne Sprengstoffjuwelen das nimmt man natürlich gerne mit deshalb wirklich eher auf Rare Ripley umsatteln als jetzt hier Sascha oder Trish um Gottes Willen von mir aus auch dann lieber Bianca ähm aber ich würde wahrscheinlich mit Rare Ripley hier gehen bei den Powerhouses ist natürlich gut du hast hier eine 5 Sterne Gold äh Piper Niven die natürlich weiter fokussieren vollkommen in Ordnung mhm ok bei den Tricks dann hat er hier sich irgendwann mal entschieden Stephanie weiter zu pushen bitte geh rüber zu Dakota Dakota Kai wird dir glaube ich mehr bringen guck mal hier auch so eine Asuka Asuka cooler Trainer ne ja aber dafür muss er lobe es auf 6 Sterne das ist natürlich ein weiter Weg wir haben Tori Wilson hier natürlich Tori Wilson vielleicht wenn du Marken hast ne ähm gerne Tori Wilson weiter pushen obwohl du hast Dakota Kai da kannst du auch erstmal Gas geben aber die braucht halt natürlich die normalen Marken und Tori die anderen die für die Hall of Fame die goldenen könnte man drüber nachdenken ne also Tori Wilson ist nämlich echt nicht blöd wir haben hier noch äh Becky du hast schon hast hier noch zu tun auf jeden Fall hier hast du meiner Meinung nach wirklich alles richtig gemacht hast du dich auf Schotzi fokussiert hier bitte gerne am Ball bleiben dranbleiben und äh nebenher gerne äh die gute Niki noch auf äh 5 Sterne Gold bringen ne Flat Jam Trainer Rot äh möchte man mitnehmen Carmella bin ich natürlich auch ein riesengroßer Fan von die spielt sich geil aber Schotzi natürlich mehr das Schadensmonster deshalb Schotzi schön push ne dass ich kann auf 6 Sterne Silber von mir aus und äh Niki halt dann weiter noch machen so und man war hier noch irgendwie okay hier hat er die gute Lacey Evans auf 5 Sterne gemacht war auch mal ein Event gewesen und eine lange Zeit ein Coach der am meisten gewechselt ist das weiß ich noch weil ich glaube sie war der einzigste Coach gewesen der zwei Farben den Juwelenschaden im Prozent gepusht hat ist natürlich auch schon wieder eine Weile her deshalb Lacey Evans war gefühlt immer überall mit dabei ja machen wir uns nichts vor ne also wirklich bei den Showboards sieht es bei dir jetzt nicht so geil aus sieht es wirklich nicht also ähm hast du wahrscheinlich mit Lacey mit das Beste gemacht aber ist auch nicht so schlimm dann hast du halt noch keine gute Showboard Diva aber man kann ja sagen okay dann tue ich halt bei meinen Männern dort in mich fokussieren äh man könnte hier vielleicht noch so ein bisschen hinschälen auf Sasha Banks Sasha Banks ist aber wirklich so fünf Silber höher sehe ich sie halt leider nicht mehr also die Zeiten sind vorbei wir gehen mal zu den Technikern hier natürlich äh wichtig das machst du schon richtig hier mit Stacy dass die auf ihre fünf Sterne Gold kommt puh dann ist das hier gar nicht so einfach bei dir muss ich mal sagen ähm The Man Becky wäre dann wahrscheinlich so eine Alternative für dich jetzt hier aber wir gucken mal da wird denke ich mal dann auch irgendwann nochmal was bei rumkommt bin ich mir sicher bin ich mir sicher schönes Roster schönes Roster was äh vielleicht die wo die eine oder andere Lücke noch zu schließen ist aber auch ein Roster wo auch so ein paar Perlen rumliegen die man nur mal rauskitzeln muss und deshalb ich mag so eine Roster vielen Dank Chosen fürs Mitmachen wirklich vielen lieben Dank so wir gehen mal zu den nächsten Kollegen rüber wir sind bei dem lieben Ricky 008 AT die Ösis sind am Start und los geht's hm Roster Stärke hatte ich schon gesehen hat er nicht eingeblendet aber hat er mir glaube ich nochmal geschickt öffnet das Bild ja wir haben na ihr seht es nicht aber lasst euch gesagt sein wir haben hier eine Roster Stärke kann ich das ein bisschen zur Seite schieben ja von 8 Millionen das ist natürlich schon ordentliche Palette war das VIP Level mitzusehen oh ist auch der Balken voll dort bei 13 also hier wurde ordentlich geludet aber wenn ich mir das auch angucke ist das natürlich ein Account wo schon eine ganze Weile gespielt wird natürlich da so ein Indikator hier auf jeden Fall der Undertaker von den Bestimmungstouren hier wird schon eine ganze Weile gedaddelt so wir gucken mal wir haben hier den guten Butch sogar bis auf 6 Silber darüber freue ich mich natürlich immer wieder damit das einfach mal Früchte trägt wenn man dann hier immer wieder sagt Leute wenn ihr Butch und Roster habt geht ruhig mit ihm hier sogar komplett gemaxt von die Coins her um natürlich den meisten Schaden mitzuholen wir haben Bradshaw Bradshaw 6 Silber sehen wir nicht das erste Mal natürlich sehr geiler Superstar ebenso wie Mr. Perfect fehlt mir leider auch noch hatte ich so ein kleines bisschen die Hoffnung gehabt dass der vielleicht rumspringt dieses Hall of Fame Event aber dafür sind andere rumgesprungen deshalb bin ich da jetzt nicht so traurig wir haben hier Drew McIntyre natürlich geiler Superstar Hogan Plate und dann alles Rot und Achner und Super Macho Man Kevin Owens hier Ali hier den Taker entweder war es ich glaube da gab es auch Moment oder halt wegen der Trainer Eigenschaft wegen den Powerhunden Juwelen haben hier Goldbergs sehen wir natürlich nicht so häufig Streak Begins wir haben Braun Breaker hier wie gesagt hier den Bestimmungstour Taker sehr gut haben hier Steve Austin hier ist natürlich ordentlich was also sehr viele 6 Sterner hier natürlich und jetzt denke ich man wird die Batterie an 5 Sterne Gold Superstars durchgehen hier Arthur Finn okay hier Fletcher im Trainer das ist natürlich Terry Funk schlummert hier noch auf 6 Sterne sehr schön so was haben wir denn hier natürlich alles schön auf der jeweiligen Stufe gemaxt und so weiter weil es können immer Touren dran kommen wo sie wichtig sind hier schlummert noch so ein Rock rum okay hier schlummert auch noch Randy Orton rum Honky Tonk Man ah ok ich gucke mir sowas dann immer gerne an na zum Glück machen wir so ne Videos so hier geht jetzt das andere Gedöne los na der ist interessant hier ziemlich weit unten hier der gute Priest ok ok schienes Ding oh guck mal hier ein Ghostbuster ähm Roman Reigns Wahnsinn hier muss natürlich weiter angegriffen werden aber ich denke mal der Ricky ist so lange dabei der wartet wirklich auf den geeigneten Zeitpunkt Wahnsinn Wahnsinn oh guck mal hier schlummert ja auch noch äh in Nightmare Cody Rhodes und Rob Van Dam ah Rob Van Dam wie gesagt wendet den als Gegner ich hasse es einfach durch seinen 1MP Move und so oh das ist immer so ekelhaft aber da sind natürlich noch zwei geile Granaten jetzt hier so im Schlepptauch für die Striker zu denen die eh schon da sind krass krasse Sache so Power Houses Power Houses haben wir hier den guten Kevin Owens wir haben Hall of Fame Triple H Andre oh hier The Taker Big Papa Pump oh ja das finde ich natürlich schön sowas zu sehen endlich mal jemand der auch noch den lieben Rick Steiner auf 6 Silber gemacht hat Braun Strowman guckt euch das mal an hier sauber ja auch hier schön aus den Touren hier die Promoter Hogan ist hier noch mit dabei auch gemackst ich denke mal da werden auch Pläne da sein das ist so ärgerlich dieses Wochenende ist Hogan Contest Superstar also dass du da ein paar Punkte bei der Fäde mitholen kannst und bietet sich natürlich an ihn schwarz-schwarz-rot halt zu spielen naja und dann ist genau die Fäde wo schwarz ja minus 10 MP ist geil aber hey es wird andere Momente wieder geben wir haben hier noch Keith Lee Klabberlang oh volle Sterne mal so gezogen ich denke mal schon Zika hier ich denke mal da sind Pläne da ah hier Jimsy Anvil lohnt sich natürlich auch noch weiter hoch zu pushen Stevie Ray auch wenn man hier so einen Roster hat oh hier guck mal hier Sami Zayn schlummert hier noch rum der muss natürlich wirklich so hoch wie es geht sauber wir wegen Trainereigenschaft also auch in so einen Roster ist immer noch was zu tun ganz logisch guck mal Farouk ist hier auch noch mit am Start hier liegt der Cody noch rum ebenso wie bei den Strikern so untenrum noch ordentlich was da das klang falsch das klang falsch grad aber ihr wisst was ich meine bei Ricky ist untenrum schon noch ordentlich was da wow wow okay Christian weiter und schlummert hier noch was ne ne Shane Shane Sache so wir gehen rüber zu den Trickstern boi okay wir haben Umaga Umaga natürlich auch in meinen Augen einer der besten Trickstar ich hab ihn auch nicht aber er ist schon ziemlich geil krass nur nur ein sechs Sterne Silber hier bei den Trickstern beim Ricky finde ich faszinierend haben wir noch Great Khali Dom Barrett Solo Sikora das ist natürlich mein Main Guy gefühlt also wenn ich mit dem spielen kann da wird der mitgenommen das ist einfach so wir haben auch einen meiner neuen Lieblinge ich bin auch zum Glück im Besitz von ihm jetzt der macht Spaß der macht mir Spaß ne auch das Problem willst du dieses Wochenende schön verwenden in der Fede Minus die schwarzen Moves wieder ne und schwarze Juwelenschaden oi aber egal Ruth is a Barber Beefcake total geil und ich will mal dazu sagen ich hab ihn nicht gezogen ich hab ihn nicht in der Kiste gehabt ich musste mir das über die scheiß Splitter hab ich mir geholt oh mein Gott gut wir haben Zombie Gunter natürlich total geil hier haben wir noch Priest haben wir hier ähm Siri also natürlich das Hu ist Hu hier ist noch der Nash liegt hier rum der ist bei mir mittlerweile halt auch neu auch wie hier auf 6 Bronze ach ich bin mir ziemlich sicher bei Kevin Nash ich hatte ihn halt letztes Jahr zu dem Zeitpunkt nicht gehabt da war er bestimmt ziemlich geil gewesen er ist jetzt auch noch cool mit seinem Stun Move dort drei Runden aussetzt ne aber fehlt es halt auch ein bisschen auf der Brust ne so wir haben Jose hier noch haben Sammy naja auch The Walk ah hier ist schon noch was hier der Heizungsraum Mankind dann hier der Zombie ähm äh Steamboat Karma schlummert hier auch noch ist ja logisch den hat ja denke ich mal jeder da sieht man auch nicht überall ne Zombie Alistair Black Happy Corbyn King Booker ah kommt hier noch so da ist eigentlich Rick Root wo er hingehört ne endlich mal ein Roster wo er nicht auf sechs Sterne ist wie bei mir er ist so ein Graus Thrasher liegt hier auch noch rum aber ich glaube Ricky ist hat wenn ich das ja richtig in Erinnerung hab sagt ja eh der spielt nicht mehr so und ja ist eigentlich so kurz vorm Aufhören aber ähm da kann man natürlich trotzdem immer noch mal übers Roster mit drüber schauen für den einen oder anderen denke ich mal sicherlich interessant so okay so das übliche Crap Gedöhne okay so ein Woken Metati so soll das sein so Akrobatten oh Mensch hier guckt euch das an Aquaman Roman Reigns hier sehr schön das sind natürlich schöne äh die er hier oben hat ne mit Hall of Fame Macho Man äh Zombie Orton hier sehr gut Hall of Fame Bret Hart den man irgendwie diesen Monat bei diesem Hall of Fame Event gefühlt immer gebraucht hat total faszinierend den Warrior haben wir hier natürlich noch sehr geil Logan Paul geiler Coach wir haben natürlich Cena Dom haben wir hier noch oh Jimmy Uso auf 6 Sterne hier gemacht warum denn nicht warum denn nicht Tatanka hier natürlich oh ja schön Doink hier der Zombie Taker Wesley natürlich Wesley ist echt ein guter Akrobat R-Truth ja auch Dilo Brown ist auch da sieht man ja ok also die 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 MLC Superstars die sind auf jeden Fall da halt nur noch nicht gelevelt da waren die Prioritäten wahrscheinlich dann irgendwo anders so Showboards oh natürlich die Granaten der Showboard Riegel die man haben möchte L.A. Knight da Sheamus da Nakamura da Apollo da Taker da und Hall of Fame schon wow wow muss man wirklich mal so sagen King Woods schlummert hier noch wird bestimmt bald noch gelevelt Junkyard Dog ok da ist natürlich ordentlich was Lows hier ja Promoter sind auch da Hogan ist da Wahnsinn Chad Gable schlummert hier auch noch rum ja Promoter ja 5 Sterne Gold da ist er der gute Captain Lou ich und Captain Lou wir werden es noch sage ich euch so ok ok oh ziemlich weit und der Bulldog da bin ich aber ein bisschen Beth der gute Roller er wird in den Rossern er ist einfach nur da es ist so glaubt mir ok 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 Techniker bin jetzt natürlich nochmal richtig gespannt was haben wir denn bei Technikern hier wow 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 wir haben Pat Patterson auf 6 Silber wir haben Snoop Dogg wir haben Dom äh Gunther kann ich mir denken dadurch dass er auch coin technisch gemax ist da wird denke ich mal auch noch was passieren Sammy ist da das dann immer so sah ich mal wirklich so trotz Leveln hier wo man sagt ok war natürlich eine Zeit lang auch ziemlich geil für Faction Boss jetzt wäre natürlich 6 Silber geiler hier beim guten Jimmy ähm Bret Hart da Cody da Brock da Mankind das finde ich geil zu sehen hier auf 6 Sterne hochgemacht sehr gut da freue ich mich bitte kein Rat an alle ne aber Mankind ist es bin ich nicht der einzigste der ihn so als Spaßprojekt hat oder hatte Brock Lesnar Triple H sehr gut wahrscheinlich mal äh Carmelo Carmelo sah ich schon Angelo Dawkins warum ich habe es mit diesem Namen es ist faszinierend Matt Riddle haben wir hier ok oh ziemlich weit unten Cowboy Bob interessant aber es ist so ähnlich wie bei Cody Rhodes Techniker den hast du auf 5 Silber der macht auch 6 Sterne platt durch seine Sub natürlich Coach und Trainer abhängig dann Giovanni ist auch da Ludwig auf Silber Stardust auf 5 Sterne hier gemacht ja 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 ey warum habe ich das weggeklickt wo war ich ja ok ok und hier schlummert noch hier ein Kofi Kingston sieht man hier so ganz genau aber es ist so auf 5 Sterne Gold kann man natürlich noch was draus machen und André geil geil wir gucken mal bei den Mädels das ist schon ein geiles Roster muss man mal so sagen und äh vor allem auch viele von diesen ja wie man sagen möchte Brecher Superstars mit dabei Brecher Superstar ist für mich auf jeden Fall auch ähm Striker Shayna Baszler so wir haben Niki hier Frau Richter um Gottes Willen Alexa Bliss da kann man natürlich noch ordentlich was mit rein buttern so Powerhouses Liv Morgan haben wir hier Piper Niffen oh hier gucke mal Raquel Rodriguez wartet hier auch noch auf ihren Einsatz sehr gut auch gemaxt und so zwar nur 4 Gold erstmal aber ich denke mal sie wird ihren Weg gehen sehr schön warum klicke ich denn wie ich klicke heute so natürlich jeder hat Zombie Bianca ist ja logisch ähm Scheiner Dakota wir haben Rare Ripley hier Tori ist auf 5 oh hier natürlich wäre noch geil da kann schon noch was passieren bei Alexa nicht Alexa bei Asuka natürlich die Coach äh Trainer Eigenschaft will man mitnehmen alle haben sie die Biancas ne das ist irre Bianca will eher Akrobat hier auf Silma wir haben Liv Morgan Schotzi noch ziemlich weit unten schäm dich setzen 6 nein alles cool ja ok was ist bei den Showboots so los ja da haben wir sie wieder Leute die üblichen Verdächtigen Lita Bailey Molly Holly und irgendwie wenn man sie dann noch hat die gute äh Queen Selina das ist wirklich so bei den Frauen das sind die 3 die gehen halt hoch Wahnsinn Wahnsinn was ist denn bei den Technikern noch los oh hier noch ziemlich weit unten hier ne die gute Niki äh Nikita hier auch die Bailey ich sag's immer wieder sie ist so gut und Shayna ist auch so gut und hier Ronda ist auch so gut auch so gut aber machen wir uns nichts vor ne Nikita ist die Beste Nikita ist schon die Beste Wahnsinn was hat er hier noch geschickt ok ein kleines Bildchen er hat noch ein paar Poster ok ja bin ich ehrlich mit so den Bildern da zieht man bei mir jetzt keinen Zahn aus dem Gesicht ähm jetzt nicht weil ich sage ich hab viel mehr um Gottes Willen darum soll es gar nicht gehen aber ich sag mir immer ja hat man halt gesammelt cool was soll ich dazu sagen jetzt ähm Riki ich sag ehrlich äh geiles Roster ähm natürlich auch eine wunderschöne Roster Stärke von schönen Runden 8 Millionen das sieht natürlich auch echt toll aus verdammt viele Brecher Superstars dabei klar die ein oder anderen die werden dir noch fehlen wo du sagst oh da hätte ich richtig Bock drauf aber was will man bei so einem Roster sagen ne was will man bei so einem Roster sagen und hier bin ich ehrlich freue ich mich wie die Sau drauf wir haben hier jetzt das Roster von dem lieben Dr. Jekyll 11,1 Millionen Roster Stärke wow wow ich sag nur ganz ehrlich bei Dr. Jekyll ich grüße dich natürlich erstmal mein ganz äh ich grüße dich mein ganz lieber nicht nur mein lieber mein ganz lieber staunig dass er noch nicht in einem anderen Team ist bin ich ganz ehrlich jetzt bin ich ganz ehrlich aber Roster ist ja nicht nur eins man muss ja auch spielen nein um Gottes Willen ich will doch hier nicht stänkern um Gottes Willen ne ey ich freue mich auf jeden Fall dass du mitmachst und das wird denke ich mal ein ziemlich krasses Roster was wir uns hier angucken werden ähm so ein so ein typisches Roster ihr Lieben wo wir einfach gucken und staunen und natürlich vor Neid erblassen und ich erblasse hier natürlich direkt vor Neid wenn ich dort in diesem Bam Bam Bigelow sehe oh 140 Splitter ich hab geguckt 140 Splitter trennen mich noch von Bam Bam Bigelow aber es sind ja noch andere Striker Projekte da so wir gucken natürlich mal was haben wir denn hier Strikern 11 Millionen Roster Stärke Leute die erste Seite erstmal nur 6 Sterne ne Bam hingeplatzt wie so ein Pfannkuchen mit Geräusch so Drew McIntyre hier auf 6 Silber wir haben Terry Funk Rocky hat er bis auf 6 Silber gemacht natürlich so ein Safe Safe Bank Spieler Andre er hat Cody er hat Rocker wird hier überhaupt irgendeiner fehlen ich weiß es nicht Butch Off alles schön gemaxt ne schön gemaxt hier ja Zombie Sammy Zane GZ auf jeden Fall Bam Bam Bigelow wir haben schon angesprochen Bonebreaker Mr. Perfect ich wollte gerade sagen wo ist Ali hier unten ist er Eric Bischoff haben wir hier bestimmt alle Gears davon gehe ich bei Jekyll fast aus äh Bradshaw haben dann hier noch Kurt oh dieser Bam Bam naja aber schon einige auf 6 Silber ne 3 4 5 6 7 das nur in innerklasse wow hier ist auch alles coin technisch und so Poster ist alles fertig ne ich glaube der der Jekyll der mag der der hasst Pfeile der will diese Pfeile nicht sehen der will diese grünen Pfeile nicht sehen da muss Max stehen da muss der Pfeile weg sein irgendwie so aber egal wir haben ja auch den Rowian natürlich das die den Buddha Finger und natürlich RVD guck mal hier schlummert und noch ein Karrion Cross rum noch nicht auf 6 Sterne aber das denke ich mal auch eine Frage der Zeit Wahnsinn Wahnsinn so dann hier Silber natürlich auch verdammt viele vorbereitet hier auch am Start Ghostbuster Roman Reigns Honky Tonk Man natürlich Dexter Loomis will man hier zu sagen anscheinend hat er Pläne weil dort verbessern steht ich denke mal nicht bei ihm ist halt ganz einfach alles soweit vorbereitet 11 Millionen Roster Stärke okay Rick ja Zombie okay Nikolai Volkov blanker Neid vor allem 5 Sterne voll gab es Nikolai Volkov noch als es 5 Sterne Superstars gab dann also konnte man den sich dort noch erspielen oder looten ich glaube nein ich glaube nein das ist jetzt natürlich schon ganz paar Jahre her aber ich glaube da war so ein kleiner Starfiller vielleicht sogar aktiv gewesen denke ich dann mal eher ist also so ein Brecher Roster und ich hänge mich hier fest an eben 5 Sterne mein Gott naja alles ready bin gespannt wie stark der schwächste der Kategorie ist das finde ich dann natürlich immer höchst interessant okay ich gehe mal davon aus dass Kofi neu ist eine Fusion Kofi ist ja Promoter hat man 3000 Splitter für ihn gebraucht kriegt man ihn auf 5 Bronze oder 5 Silber weiß ich jetzt gerade gar nicht dann eine Fusion also hat er den mal auch so drin gehabt die ist ja auch möglich ne in dem in dem Swag Shop dort also in diesem hier sag ich schon Faction Boss Shop dass du die Superstars nicht nur über Splitter dort holst manche haben auch das Glück dass die dort als eine Ziehung drin sind eine Fusion bei einem Promoter finde ich interessant aber wir wollen uns daran jetzt nicht so festhangeln wir sehen natürlich 5 Sterne Gold Max denke ich jetzt fast mal vielleicht nicht ganz ist der schwächste in der Kategorie der Striker wow das ist viel das ist viel so wir gehen mal weiter wir gehen mal zu den Powerhouses rüber hier natürlich auch wieder eine komplette Batterie 6 Sterne mit Big Papa Pump vollgelevelt der Triple H ich sag jetzt mal vollgelevelt scheiß jetzt auf den Pfeil ich denk mal sein Standard Moveset mit dem er gespielt wird wird schon voll sein Braun Sammy Cody auch volle Sterne war der Starfill aktiv sehr gut Kevin Owens haben wir auch hier ja das bestätigt mich ja mal da freue ich mich wieder Rick Steiner heute zum zweiten Mal auf 6 Silber sehr geil Earthcrake auf 6 volle Sterne das das find ich so ein bisschen faszinierend oder da ist jemand gern in dem Moment Loot unterwegs das kann natürlich auch sein Seth Rollins Taker Ghostbuster läuft hier natürlich auch ne also dort mit dem der Marshmallow Mann ist auch da Jim the Anvil Nightheart ist da Seeker auch hier bei Andrew ich denke mal Drip Plate und der ganze Rotz das wird alles da sein ja wir natürlich Sechse hier denke ich mal auch wie bei mir aufgrund des Moments hier mit gepusht der gute Scott Hall guck mal Bronson Reed aus dem Monat schlummert hier auch der ist ja auch noch da auch gemaxt der wird denke ich mal auch noch gelevelt es sieht es schaut sich halt auch so geil an mein Monk ist so befriedigt wenn ich mir das angucke mein Monk ist so befriedigt bei übels vielen steht Max da bei übels vielen sind keine grünen Pfeile da mein Monk ist so glücklich der sich das anguckt irre so Stevie Ray ja Keith Lee aber Bronze Reed geht set auf jeden Fall Gottfaser haben wir hier noch überall die Pfeile überall weg bei zwei Leuten sind die Pfeile da beim Rest ist weg und alle heißen Max Wahnsinn eine Fresse das können wir mal an Ricky zeigen aber der sieht es ja bestimmt Ricky hier mit deinen 357 Tausender Taschen und so ich will bei dir auch keine grünen Pfeile mehr sehen bam boom ach Mark Henry hier ok hier Promoter ok aber hier sonst guckt euch das mal an hier 5 Sterne Bronze Ryback geil geil ist so ein bisschen verschoben heute hier meine Anzeige ist ja auch egal ey Wahnsinn irre wir gucken mal Trickster für mich ist das natürlich auch immer interessant zu sehen ob meine Entscheidung bestimmte Leute zu leveln jetzt so falsch war und wenn ich mir das angucke ich hab auch nicht so mega viele 6 Sterne Silber bei Trickster aber die zwei dort ganz oben hab ich auch Solo Sikor und den guten Carly scheint meine Entscheidung nicht so blöd gewesen zu sein Umaga bin ich natürlich übelst neidisch find ich mega geil so wir haben hier Priest The Rock Steve und den Nash Wahnsinn Gunther hier noch na da wird doch bestimmt noch was passieren oder ja und die Hall of Famer jetzt kann ich das übrigens auch verstehen wenn ich sowas sehe ähm ich glaube letztes Jahr das Hall of Fame Event hatte ich nicht mitgespielt gehabt und kann das verstehen weil bei vielen hab ich dann immer gesagt ey warum levelt ihr denn hier Steve Austin gut jetzt war er Natur wieder gewesen warum macht ihr das und weil dann von vielen so die Antwort kam man wurde zu einem Zeitpunkt im Jahr mit Marken erdrückt beschossen hat übelst viel gehabt und so ist jetzt nämlich bei mir auch der Augenblick wo ich mir sage okay jetzt kann ich es verstehen jetzt kann ich es verstehen warum die dann so hoch gemacht wurden so Thresher haben wir hier krass hey und hier auch Brutus the Barber Beefcake am Start sauber John Cena ist hier Wahnsinn ja auch Macho Man hätte ich alles auf 5 Gold gemacht Wahnsinn das war dann natürlich für die jeweiligen Events wahrscheinlich Ventura Bäm zieh hoch was solls man ich hab doch alles so Wade Barrett schlummert hier auch noch rum auf 5 Sterne der Heizungsraum Mankind ist da und hier so das übliche Gedöne aber alle halt komplett gepusht erstmal ne Wahnsinn alles auf 5 auf 4 Gold mein Monk ist so glücklich wenn er sich so ne Bilder anguckt dieses Bild ist wirklich so es ist so richtig für mich so oh 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 Shane oh ist das Shane oh mein Gott ich muss es auch irgendwann schaffen Wahnsinn wir gehen mal rüber zu den Akrobaten Akrobaten auch hier der Aquaman Roman da Roman Reigns Tatanka Dilo ist oben auf 6 Silber was haben wir noch so auf 6 Silber Zombie Randy Macho Man und den Take Air so übelst viel auf volle Sterne das finde ich faszinierend ich glaube Jekyll ist auch ein Looter vom Herrn Wahnsinn Wahnsinn hat der Hogan war Hogan war bei ihm auf das sind so so kleine Dinger die gucke ich mir ein Hogan wo war denn Hogan hier alles klar habe ich jetzt nur überlegt weil ich jetzt nämlich gerade in meinem Kopf weil ich hier nämlich Steamboat gesehen habe wegen 6 Sterne macht nicht jeder machen dann wahrscheinlich die die den Moment pushen wollen deshalb habe ich überlegt hätte er überhaupt einen Hogan gehabt deshalb das war in meinem Kopf war gerade so Lady Gaga mit unterwegs so wir gehen mal weiter Artus hier so das übliche Gedöne aber gut keine Pfeile weiter keine Pfeile weiter ach gut hier zwei um Gottes Willen die müssen weg oh mein Gott schlechtester Superstar 4 Sterne Gold Grüße gehen raus an Kevin und Darren Young so wir gehen mal weiter Samu oder Fatou ich verwechsel sowieso ist hier am Start Alter also alles so volle Sterne guck mal den Taker hat er natürlich die Twosos hat er L.A. Knight Captain Lou auf 6 Silber Bam sehr geil William Weagle natürlich Sheamus Apollo Apollo vor allem hier auch bei William Weagle Poster alles gefüllt das ist dann wahrscheinlich so der Superstar wo Jekyll sagt wenn irgendwann mal 6 Gold kommt dann geht's mit William Weagle was auch logisch ist Wahnsinn AK Bro haben wir oh ich denk auch mal wegen dem Gia ich denk auch mal wegen dem Gia oder ja sagt sich auch hier alles klar Sheik played und dann geht's ab mit Steve Chad Gable AK Bro Walla mein Gott oh hier guckt mal sehen wir auch nicht häufig den Ghostbuster Ghostbuster Steve Austin hier Wahnsinn das ist ein Roster das ist ein Roster aber Santa Hogan auf 5 Sterne da bin ich ja baff ok ist halt ordentlich gesiebt natürlich das Gute ist schon oben hier so ein paar Promoter hier und da natürlich alle ich denk mal es werden alle da sein ja auch der schlechteste in 4 Sterne Gold wow so wir gehen rüber zu den Technikern sehen wir hier mal so ein The Rock einfach mal so jetzt in die Lameng hier auch Alter Jimsy Anvil Knight hat auch da aber fehlt da jetzt eigentlich einer wir hatten Bronson Reed bei den Frauen guck mal noch wir hatten Brutus wer waren denn noch so die wird schon wieder raus ne es war so ein langer Monat oh Gott waren das lange Monate jetzt also fehlt da einer aber ich seh keinen The Rock und das erzürnt wahrscheinlich selber so ähm natürlich Scott Steiner richtig geil Gunther geil obwohl jetzt wenn wir jetzt wirklich mal gucken jetzt haben wir das Imperium ja komplett mit Ludwig mit Giovanni und mit Gunther ich würde meine persönliche Meinung ist ich würde nicht unbedingt sagen dass Gunther jetzt noch der beste vom Imperium ist in dem Spiel das ist so meine Meinung ok wir gehen mal weiter hier Zombie HBK ist da Pat Patterson ist da Cody das Who is Who hat er Mann Rock Lesnar hier weil ich ihn gerade sehe ne bei mir ist es endlich passiert ne mein Razor Ramon ist jetzt endlich auf 6 Silber oh und Starfill hab ich auch reingekriegt jetzt hat er volle Sterne jetzt sind nur noch Coins rein und dann ist er fertig dann freue ich mich so Giovanni hier ist er natürlich oh hier der Dusty Road guckt mal hier ist auch da Ludwig hier meine Güte meine Güte hier auch das sieht so schön aus kein Pfeil dran alle fertig das tut so gut gut VIP sagt er sich scheiß drauf kann ich verstehen keine Güte ok wir gehen rüber zu den Mahedles so was haben wir denn hier die gute Nikki Alexa Roxanne heute früh wieder an der Fede mit ihr gespielt ich liebe Roxanne Roxanne ist wirklich wenn es um Frauenfäde geht bei mir die die immer mitkommt mittlerweile Roxanne ist bei mir der Safe Spot geworden bei einer Faction Feud so wir haben Shayna oh jei guckt mal auch hier die 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 Sensational Sherry boah 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 eine Seite nur mit Strikerfrauen das alleine ist schon krass so Liv Morgan hat er hier die Piper dann hier die Super Stacey Raquel ist da Shane so natürlich Bianca aber okay bei dem Roster sag ich mir jetzt auch okay wir haben Shiner die gute Cora Dakota hier ist sie natürlich Chelsea Green Liv Morgan ist da Tory hat er bis auf 6 Sterne gemacht Tory finde ich auch gut Alter das ist das ist ein heftiges Roster ein richtig heftiges Roster Wahnsinn Wahnsinn ey wir gehen weiter Io Sky natürlich da die Pyro Alexa Bliss ist da Liv Morgan natürlich Zombie Becky heftig das ist wirklich heftig das ist so ein Roster das siehst du wirklich nicht alle Tage so natürlich die üblichen drei erstmal wieder da fühlen wir uns erstmal wieder zu Hause Leute da sagen wir uns okay wir haben natürlich wieder Bailey Lita Molly Holly Queen Selina ist natürlich hier noch mit im Gepäck Trish Stratus bis auf 6 Sterne gemacht war ich jetzt vor Wut auch schon fast so weit wegen der Tour weil ich da ganz schön gestänkert wurde aber okay und natürlich Tory Wilson ja auch noch mit am Start so jetzt hier natürlich nur die Techniker Mädels zeige ich mal her das Zeugnis Nikita da wo sie hingehört ganz oben 6 Sterne Silber Ronda Rousey auf 6 Silber gemacht vielleicht ein kleiner Ronda Rousey Fan und das finde ich natürlich super Bailey hier auch auf 6 Sterne The Man auf 6 Sterne ich denke Magier und so weiter da es ist schon es ist schon wau mal jetzt zeigt er hier ach die fehlen dir ach das ist doch mal interessant jetzt das finde ich so geil dass du das mit geschickt hast Jekyll das finde ich so geil okay er hat kein Hall of Fame Hogan den Rock habe ich erkannt okay Wahnsinn seht ihr aber wer jetzt haut hier sowas raus hier sowas wie ah dafür hab ich die dafür habt ihr die anderen alle Wahnsinn und hier Superstars nicht in der Beute kein Luke Harper hast du doch schon gespielt Jekyll okay ähm okay hier Ainsway Promoter fehlen hier noch und die Tri Superstars ist logisch kein Goldberg der Bestimmungstor fehlt noch hier Mankind der neue Hall of Fame da kommt gleich noch ein Bild Leute dann Becky hier Masters of the Universe Fatou oder Samu ich weiß eh nicht wie sie heißen kein Eric Rohn okay den The Rock auch nicht okay Johnny Knox will nicht Seth nicht der gubbledigooker hier noch so die Enzway Promoter aus dem VIP dieser übelst geile Steve Austin hier Wenn ich den Hogan sehe ich finde das immer so gemein weil ich finde bei diesem Ghostbuster Hogan das Bild sieht einfach so geil aus das sieht so originalgetreu cool einfach aus hier Indie Hartwell okay ich finde das geil dass er es mitgeschickt hat ach hier hat das einfach mal von links nach rechts gedreht denkst du wohl krieg ich die mit oder was hier der Hall of Fame Stinger und hier Sascha naja hier dann halt nur so ein paar Promoter der Wolfpack Sting dann hier noch der Technomania Kogan ist schon geil dass er das mitgeschickt hat sehr interessant also hier ist wirklich das echt ein krasses Roster hat mir mega Spaß gemacht viel Spaß beim durchwühlen sind noch ein paar die 6 Sterne Silber können und ja Einhorner fehlen ebenfalls noch wenn etwas falsch es mich wissen und das hat er übrigens noch dazu gesendet den hat er auch noch gezogen den neuen Hall of Fame mankind inklusive das ist das Dude Love Gear ich glaube schon Jekyll ich sag mal so danke fürs mitmachen glaube ich ich lehne mich mal nicht weit aus dem Fenster wenn ich wirklich sage doch schon das krasseste Roster was wir uns bis jetzt angeguckt haben Wahnsinn vielen Dank vielen Dank ich bin ich bin buff und erschlagen und mein Monk muss ich jetzt erstmal wieder ein bisschen aufwühlen weil ich bin jetzt so befriedigt gerade dass ich nicht so viel Pfeile gesehen habe dass ganz viel Max da stand und bei mir und bei mir ist es gerade so wenn ich mir dann gleich meinen Roster oder so wieder angucke wenn es dann jetzt hier um Fäde geht denke ich mir wieder oh Gott wie sieht das bei mir aus hier das sah im Video gerade so gut aus ihr wisst was ich meine geile Ausgabe mit Chosen Ricky und hier dem Dr. Jackal hat mir enorm viel Spaß gemacht gerade so dieses Roster jetzt hier also sehen und staunen über 11 Millionen das ist schon Wahnsinn geil dass wir dieses Format machen sag ich immer wieder um sich sowas einfach anzugucken ihr Lieben aber für heute soll es das gewesen sein ich wünsche euch einen wunderschönen Restsonntag für die die noch mit am Stisse sind eine schöne Restfäde kommt gut in die neue Woche rein und ja ich bin dann nächste Woche schon gespannt wir schließen mal die Ausgabe damit dass ich nochmal ganz kurz sage wer nächste Woche dran ist warte mal Ankündigung hier war es nächste Woche was haben wir gesagt ähm genau Käfer der gedacht hat der ist diese Woche schon dran aber ich hab's auch nicht so richtig gepeilt der hat mir seinen Roster nämlich schon geschickt gehabt Azrael ist dran da freu ich mich ehrlich gesagt auch und auf Claude freu ich mich auch da freu ich mich auch ist ein Mädel macht euch jetzt nicht ins Hülschen bin ich richtig gespannt auf Claude freu ich mich ach schön ach schön ihr Lieben sollt's gewesen sein für heute vielen Dank dass ihr dabei wart bleibt mir alle gesund und dann sehen wir uns nächste Woche in aller frische einfach wieder macht's gut ciao